Was ist Heimat? Eine Region? Eine Stadt? Ein Ort? Ein Platz? Heimat! Dein Wohnzimmer. Deine Familie. Deine Freunde. Dein Club. Ein gemeinsames Gefühl. Ja, das ist Heimat. Für Karlsruhe. Für die Region. Für uns. Für den KSC. Das neue KSC-Trikot 1920. Ein Stück Heimat. Michael Levitt. Das neue KSC-Trikot. Heimat! Michael Levitt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das istvaisu infect.